Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Autismus Kompakt, dem Podcast mit Timo Warnholz zum Thema Autismus Spektrumstörung. In diesem Podcast möchte ich euch einfach und unkompliziert erklären, wie Autismus funktioniert mit allen Symptomen und Verhaltensweisen und was noch dazu gehört. Wir werden uns in jeder Folge mit einer speziellen Frage beschäftigen und uns diese anhand von fachlichen Hintergründen, aber auch von vielen Beispielen aus der Praxis erklären. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr hier seid und deswegen legen wir jetzt auch einfach mal los. Und heute sind wir mit folgendem Thema befasst, nämlich mit den Besonderheiten der Wahrnehmung. Da habe ich euch ja schon ein bisschen was darüber erzählt in dem Video zum Thema Reizüberflutung. Und ja, was so die Grundlage von dem Ganzen ist, da schrauben wir jetzt einfach nochmal zwei, drei Meter zurück. Also grundsätzlich reden wir ja bei autistischen Menschen von einer sogenannten offenen Wahrnehmung. Das bedeutet, die Wahrnehmung ist nicht so fokussiert wie die Wahrnehmung von neurotypischen Menschen. Das wiederum bedeutet, Reize werden relativ ungefiltert wahrgenommen. Das heißt, so diese breite Wand an Wahrnehmungsreizen prasselt so auf das autistische Gehirn ein. Und es wird halt hier nicht genau geguckt, welcher Reiz ist jetzt besonders interessant oder welcher Reiz bringt mir jetzt gerade wirklich was. Also im Sinne von einem auditiven Reiz wie einem gesprochenen Wort, das gerade besonders wichtig ist, weil die Information gerade wichtig für einen ist. Oder weil vielleicht eine Frage gestellt wird, die man dann auch beantworten möchte natürlich. So und dementsprechend ist es manchmal ganz schön schwierig für autistische Menschen, so zu verstehen, was Menschen jetzt eigentlich genau sagen, wenn sie was sprechen. Weil halt so viele Nebengeräusche noch im Raum sind, wie zum Beispiel ein Lüftungsgeräusch oder das Klackern in der Heizung. Oder auch, wenn ein Fenster aufkippen ist, die Vögel, die davor sind, der Wind, der weht, die Blätter vom Baum, die sich hin und her wiegen. All das sind sehr, sehr, sehr stark ablenkende Reize. Und da kommen ja auch noch andere Reize zu. Wir haben ja die ganzen verschiedenen Reizverarbeitungsapparate. Zum Beispiel gibt es ja noch die Augen, die die ganze Zeit volle Granate mit irgendwelchen Lichtimpulsen beschäftigt sind und die auch alle verarbeiten müssen, zusätzlich zu diesen ganzen Geräuschen, die im Raum schweben. Und dann wird die Sache immer komplizierter und komplizierter, denn die verschiedenen Reize, die potenzieren sich ja. Also werden immer stärker und das Gesamtbild, das gesamte Rauschen, das so aufs Gehirn einprallt, das wird auch immer größer. Und dann kommen die ganzen Gerüche dazu, denn Menschen riechen ja auch unterschiedlich, Räume, Menschen, Tiere, alles riecht unterschiedlich. Und das sind wieder beanspruchen fürs Gehirn, die wir auch mit einrechnen müssen. Und dann sind es Wahrnehmungen über die Haut, zum Beispiel Temperatur oder wo ich gerade sitze oder vielleicht habe ich ja auch gerade eine Irritation auf der Haut, wie ein Mückenstich oder so. Und dieser würde dann auch sehr stark wahrgenommen werden, wie allerdings auch die Temperatur und irgendwelche Feuchtigkeitsgeschichten, die vielleicht auf der Haut passieren im Sinne von Schwitzen oder dass man gerade irgendwie eine Flasche Wasser in der Hand hat, die ein bisschen übergelaufen ist. All das muss ja auch verarbeitet werden. Dazu kommen dann weitere Reize, wie zum Beispiel die Reize im Bereich der Propriozeption. Da geht es oft darum, Tiefenwahrnehmung, also wie fühlen sich meine Muskeln sehen an, meine Stellung zum Raum wird darüber reguliert. Wir haben den Wahrnehmungsreiz, dann noch im vestibulären Bereich zum Beispiel, also den Gleichgewichtssinn, der ja auch die ganze Zeit in irgendeiner Form, der ja auch die ganze Zeit übers Mittelohr beansprucht wird. Und dementsprechend sind wir einfach umgeben von dieser gigantischen Welt der Reize und autistische Menschen können hier halt schwer eine Klarheit schaffen. Das bedeutet, sie sagen nicht, dieser Reiz ist wichtig, der interessiert mich nicht, sondern alle Reize sind erstmal gleich stark und dann muss man gucken, wie man damit irgendwie klarkommt. Und das ist schon eine ziemlich unangenehme Grundvoraussetzung, würde ich mal behaupten. Genau, und hier ist aber auch eins zu bedenken, denn in der Regel funktionieren alle Sinnesorgane, wie zum Beispiel, also ich habe ja schon ein paar genannt, Nase, Augen, Haut, Ohren, funktionieren normal und es gibt hier gar keine Besonderheiten, die auffallen. Denn das Besondere entsteht erst in der Art, wie die Reize verarbeitet werden. Das heißt, die grundsätzlichen Reize, die ins Gehirn reinkommen, sind ganz normal durch den Eingang reingekommen, wie sie halt auch bei neurotypischen Menschen den Weg in den Kopf quasi finden. Und zusätzlich zu all diesen Geschichten, also man kann sich einfach vorstellen, dass wir in einem Raum sind, wo immer alle Lichter an sind oder wir sind in einem Raum, wo immer alle Geräusche übers Mischpult leicht laut gedreht sind, wo sich verschiedene Temperaturen, Feuchtigkeiten begegnen. Also es ist für neurotypische Menschen auch wirklich so gut wie gar nicht nachvollziehbar, denn das neurotypische Gehirn fängt ja sofort an, den Autofokus zu setzen, wie das zum Beispiel eine gute Kamera auch macht. Das heißt, es wird sofort immer automatisch das in den Fokus gerückt, das für uns gerade wichtig ist. Woran merken Menschen oder woher weiß das Gehirn, was wichtig ist? Ganz einfach. Das beruht auf unseren Erfahrungen und aber auch auf unseren Interessen. Das heißt, wenn wir Dinge besonders schön finden oder da besonders interessiert dran sind, dann fällt unser Fokus viel leichter darauf. Und genau so ist es mit den Erfahrungen. Also wenn wir wissen, dass etwas auch besonders nett ist oder vielleicht sogar besonders gefährlich, dann werden wir das schnell wahrnehmen, wo andere Menschen einfach was ganz anderes sehen. Denn man sagt ja so schön, unsere Welt ist subjektiv und das ist die Wahrnehmung auch. Und dementsprechend ist es so, dass jeder Mensch die Welt anders wahrnimmt. Der Fokus sitzt immer an einer anderen Stelle. Ich sehe die Person, die da gerade mit dem Fahrrad fährt, während mein Nachbar gerade die Person sieht, die zu Fuß läuft. Je nachdem, wer was gerade interessant findet. Vielleicht hat gerade die eine Person eine Jacke an, die besonders spannend ist. Oder die andere Person ist besonders tätowiert oder hat eine interessante Frisur oder sowas. Und schon hängt der Fokus da, weil man so ein Grundinteresse an dieser Optik zum Beispiel hat. Autistische Menschen sind tatsächlich in der Regel auch hyper- oder hyposensibel. Dazu mache ich euch jeweils noch eine eigene Folge. Denn hier ist es ganz wichtig einmal zu beachten, wie man mit solchen Sensibilitäten gut umgeht. Denn es heißt ja zum Beispiel in der Hyposensibilität, dass Menschen unterempfindlich sind. Und unterempfindlich heißt denn, ich empfinde Kälte nicht so gut oder ich empfinde Schmerz nicht so stark. Und dadurch gibt es natürlich so Verletzungspotenziale, wenn man zum Beispiel im Winter schon erfroren durch die Gegend läuft, wenn man gar nicht merkt, wie kalt es ist. Oder dass man zum Beispiel nicht merkt, dass der Blinddarm gerade durchgebrochen ist oder sowas. Das sind ja auch so Dinge, die ziemlich kompliziert und schwierig werden können. In der Hypersensibilität ist es deutlich auffälliger. Da tut mir einfach ganz viel weh. Ich kann nicht richtig schlucken. Ich mag das nicht, Leuten die Hand zu geben. Ich reagiere ganz intensiv auf Gerüche und das sind halt Dinge, die autistische Menschen teilweise sehr stark haben und sich da sehr stark durch beeinträchtigt fühlen. So und wir fassen nochmal zusammen. Also das autistische Herrn nimmt in der Regel alle Reize gleich wahr. Und das heißt nicht nur alle, die übers Auge kommen, übers Ohr, sondern auch die, die über die Nase kommen oder über die Haut oder über das Gleichgewicht. Das wird alles relativ gleich stark wahrgenommen. Und so gibt es überhaupt keine Prioritäten mehr. Und autistische Menschen können das halt schlecht fokussieren. Das heißt, die können nicht so einfach sagen, ich finde jetzt das, was Timo Warnholz sagt, interessant, deswegen höre ich das lauter. Oder ich finde, dass der Vogel vor dem Fenster ein interessanteres Geräusch macht. Das können Menschen wirklich nur mit ganz starker Anstrengung. Und das ist dann auch teilweise eine ganz schön herausfordernde Aufgabe. Ja, und daraus ergibt sich jetzt natürlich auch folgende Frage. Was kann man denn da überhaupt tun? Also wenn man jetzt so mit diesen Reizen so unglaublich stark beschäftigt ist, erstmal gibt es natürlich so ein paar Symptome, die daraus entspringen. Also wenn wir zum Beispiel einen autistischen Menschen ansprechen, dann kann das sein, dass der das nur beim zweiten oder dritten Mal hört, weil der gerade mit ganz viel anderen Geräuschen oder Wahrnehmung beschäftigt ist. Und da muss man immer ein bisschen Verständnis wiederentwickeln und sagen, ja gut, das ist dann halt auch für ihn jetzt ist meine Stimme nicht so wichtig, wie das andersrum vielleicht der Fall wäre. Aber bei uns ist es immer leicht gesagt, denn unser Fokus funktioniert ja automatisch. Und dementsprechend brauchen wir uns dafür ja auch gar nicht besonders anstrengend. So, und was kann man jetzt tun? Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kenne viele autistische Menschen, die zum Beispiel sagen, ich trage mal Kopfhörer. Dann ist das für mich alles ein bisschen besser zu regulieren, was so auditiv auf mich reinprügelt. Oder vielleicht trage ich auch tatsächlich Micky-Mäuse, Ohrenschützer, Gehörschutz, damit ich alles ein bisschen leiser wahrnehme. Oder ich höre nur eine bestimmte Musik. Das kann ich dann auch besser filtern. Oder das funktioniert für mich dann auch besser und ich fühle mich nicht so abgelenkt. Und das Gleiche gibt es natürlich auch mit, ich trage eine Sonnenbrille oder bestimmte Kleidung, die nicht so drückt, wenn ich zum Beispiel sehr sensibel bin auf meine Haut oder so. Also in der taktilen Wahrnehmungsverarbeitung. Und so gibt es heutzutage schon viele, viele Möglichkeiten, um das so einigermaßen zu regulieren. Und das kennt ihr auch bestimmt zum Teil dann schon aus der Schule. Dort gibt es ja die sogenannten Nachteilsausgleiche. Das bedeutet, da dürfen dann Kinder zum Beispiel, die sagen, ich bin total überfordert mit diesen ganzen auditiven Reizen. So Köpfhörer tragen und moderne Schulen haben das schon, dass dann durch diese Kopfhörer nur die Stimme der Lehrkraft zu hören ist, die dann in ein Mikrofon spricht. Das wäre so ein ganz klassisches Beispiel. Oder dass man vielleicht in der Ecke sitzt, weil man sich dann besser konzentrieren kann und nicht die ganze Zeit im perifären Sichtfeld Menschen vorbeihuschen sieht. Und das einen wieder durcheinander bringt. Oder wie gesagt, sämtliche Formen vom Gehörschutz ist auch immer eine richtig tolle Geschichte. Hilft vielen Menschen sehr. Oder dunkle Räume, Räume mit wenig Fenstern. Oder Räume, die besonders isoliert sind, was so den Klang angeht zum Beispiel. Oder Räume, die nur bestimmte Klanggeschichten, wie zum Beispiel Höhen rausfiltern durch so bestimmte Dämmstoffe oder sowas. Alles das kann sehr angenehm sein und da muss man sich rantasten, auf jeden Fall ein Auge draufhalten und so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickeln, was jetzt hier so der Person am besten hilft. So und das war es jetzt für heute und ich möchte mich herzlich bei euch bedanken, dass ihr zugehört habt. Das hat mich sehr gefreut und besucht mich gerne auch in sozialen Netzwerken, zum Beispiel bei Facebook oder auf Instagram. Oder abonniert einfach meinen YouTube-Kanal, wo ich euch auch einmal wöchentlich ein Video zum Thema Autismus-Spektrum-Störung präsentiere und lasst dort gerne ein Abo da, genau wie hier natürlich auch. Ich freue mich aufs nächste Mal, bis dann, ciao.